Willkommen, ich habe auf dich gewartet. Du bist hier, weil du weißt, dass dies nicht die echte Welt ist. Jetzt siehst du einen Übungsplatz mit ganz eigenen Regeln und du bekommst ein Gerüst dafür, dein Wissen. Jedoch erst mit der Erfahrung kannst du dein Gerüst zu einer Festung ausbauen. Willst du wissen, wie dein Berufsleben nach deiner Zeit hier aussehen kann? Willst du die Spieleregeln kennenlernen, nach denen die Welt für uns Techniker funktioniert? Willst du die geballten Informationen von 80 Jahren Erfahrung in der Industrie, unsensiert und ungeschnitten? Nimmst du die blaue Pille, machst du weiter wie bisher. Nimmst du die rote Pille, zeige ich dir die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Willst du die